Er hat sich selbst gerettet. Nein. Oh, fuck. Nice. Nein, fuck! Ah, Mann! Hey Freunde, Figs hier! Und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Battle Royale hier auf meinem Channel. Ja Leute, heute gibt es mal wieder die No English Words Challenge zusammen mit meiner Community. Und zwar haben wir Community Runden gemacht auf Twitch. Und ja, dann haben wir eine kleine Challenge gemacht und zwar die No English Words Challenge. Es ist auf jeden Fall extrem lustig geworden und wenn ihr diese Challenge feiert, dann droppt auf jeden Fall den fettesten Dome nach oben, den ihr jemals da gelassen habt. Ich würde sagen, wenn wir 5000 Likes schaffen, kommt die nächste Folge davon. Ja und ich möchte an der Stelle kurz das Gewinnspiel auflösen von gestern, von meinen fünf Fortnite Tencent in Real Life Video. Das ist in der Infokarte verlinkt, da könnt ihr nach dem Video gerne vorbeigucken. Und die Gewinner sind diese zehn Leute hier. Herzlichen Glückwunsch an euch, viel Spaß. Ich habe euch schon auf Instagram geschrieben und ihr bekommt eure V-Bucks. Ja und unter diesen zehn suche ich mir zwei aus und die bekommen auch noch Fortnite Merch. Und Leute, fettes Dankeschön an euch auf jeden Fall für euren Mega Support mit dem Supporter Creator Programm. Ab morgen bekommt ihr diese Waffentarnung hier, wenn ihr im Fortnite Item Shop fix eingibt oder irgendeinen anderen Creator supportet. Ich würde mich natürlich mega freuen, wenn ihr mich supportet. Und ich möchte natürlich auch wieder ein paar V-Bucks an euch verlosen. Und zwar gibt es heute eine Verlosung auf Twitter und auf Instagram. Zehntausend V-Bucks auf Twitter und zehntausend V-Bucks auf Instagram. Ich verlinke euch die Posts unten in der Beschreibung. Schaut da auf jeden Fall vorbei, da könnt ihr nochmal gewinnen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Let's go! Weil ihr schon so lange am Stisse seid, machen wir die No English Words Challenge. Ach du Scheiße. Okay. Ich rede eh nicht viel. Doch, du musst auch reden Silvana. Ach du Scheiße. Ein bisschen. Okay, ich erkläre sie nochmal für euch und für den Chat. Die No English Words Challenge funktioniert relativ easy. Und zwar immer wenn wir ein englisches Wort sagen, dann müssen wir ein Item aus unserem Inventarslot rausschmeißen und das darf einer aus dem Team bestimmen. Ich würde mal sagen, ich darf's bestimmen, was ihr für den Slot rausschmeißen müsst. Eieieiei. Ach du Scheiße. Ja, englische Wörter sind verboten, wenn ihr ein englisches Wort sagt. Jetzt muss ich ja aufpassen, was ich sag. Ja, aber ihr müsst reden, weißt du? Okay. Ihr dürft jetzt nicht vermeiden zu sprechen. Mach ich einfach. Mach ich einfach. Ja. Sagst du? Nein. Nein, nein. 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 Und ihr müsst auch gute Ansagen machen. Ach man ey. Ladezeit zählst, ne? Drei. Zwei. Achso, dann darf ich jetzt noch englische Sachen sagen. Ja. Jetzt nicht mehr. Spät. Ja, ich warte kurz. Ich hab hier noch Mini für dich. Ich versuch zu dir zu rennen, aber du bist ein bisschen weg. Scheiße, ich hab Loot gesagt. Ja, eins. Ich hab Mini. Eee nur ne graue Pistole. Egal. Oh, ich glaub ich hab auch englische Wörter gesagt, oder? Ich glaub ich hab Heilung auf Englisch gesagt. Fix. Hä? Du hast Minis gesagt. Zählt Minis Englisch? Äh. Minis ist deutsch. Nein, das ist schon deutsch. Ah. Das ist deutsch. Okay. Ja, dann sag mal ein Gegenstands-Ding. Gegenstands-Ding? Ja. Was meinst du damit? Gegenstands-Bereich. Silvana, du musst doch sagen, dass dein Gegner ist. Ehm. Süden ist einer. Ab dem Tod. Norden ist auch einer gelandet. Warum? Ähm. Norden? Mit einer... Ehm. 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 Du musst drauf hören, ob ihr was Englisches sagen. Okay, na hat zum Beispiel gerade äh... Ehm... Ehm. 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 Ah, die werden abgeschossen. Gegner ist. Wo? Nord-Nord-Osten. Lass die, oder? Äh. Hier, jetzt ist es Osten, ja. Ah, ja. Hab einen. Sehr gut. Keiner schießt einfach Rakete auf mich. Oh mein Gott. Nein, ich fass... Nein! Oh mein Gott, die sind so scheiße. Boort mich schnell ein. Boort mich schnell ein. Boort mich schnell ein. Keiner, hol Fiks. Hol mich. Nimm Eisen. Spam alles voll. Verdammt. Keiner, hol ihn. Boort. Nice. Fuck. Nein. Ich kann mein ganzes Inventar wegschmeißen, ohne Spaß. Fiks, solltest du nicht in die Zone laufen lieber? Äh. Nee. Ich zieh das durch. Toll, ich muss mein ganzes Inventar change. Nein. Ja, ich brauche Waffen. Wir sind schneller als die kommende Sturmwand. Ich hab nur einen Schrotflinte verknommen. Sag eine Zahl, Keiner. Vielleicht triffst du es ja glücklich. Schau nicht in meinen Stream. Fiks, hier. Ich hab's geschrieben, äh, nein. Ja, beide wieder aus der Englischen zu sagen. Du darfst zwei Zahlen sagen. Fiks. Da. Danke. Ja, was ist das? Bei mir wirst du auch eine Zahl sagen. Ihr dürft bei mir noch zwei Zahlen sagen. Ich hoffe, ihr trefft meine Waffe nicht. Zwei Zahlen. Zwei Zahlen. Ja. Zwei. Drei. Okay, hab ich nix. Eins. Oh, ich hab auch nicht. Wow, Sniper in. Okay, sehr gut. Südwesten direkt. Warte, ich mach hier ein Lagerfeuer. Die kommen. Die kommen. Zugriff. Ich hab's auch gesagt, Fiks. Sag mal Zahlen. Bei mir ist doch ein gegnerischer Gegner. Sag bei mir auch mal. Eins. Die drei. Eins. Oh Gott. Ah, bei mir ist einer. Hilfe. Ja. Auf mir. Wo auf dir drauf? Bist du ekelhaft, ey. Du bist ein minderjähriger. Okay, nein. Ich schieß euch runter. Sehr gut. Hilfe. Ich hab einen niedergestreckt. Ich habe zwei Portale. Ich hab einen richtig gut niedergestreckt. Nutzen Sie Ihr Portale. Nutze das Portal schnell. Was tust du? Ich wollte das Deiper haben. Oh mein Gott. Hier, Lagerfeuer. Schnell. Kommen Sie her. Hat einer von euch Schrotflintenmunition, bitte. Ich habe Schrotflintenmunition. Nehmen Sie es sich. Ich habe einen kleinen Schild dran. Du bist echt. Kannst du ihm mal bitte hier dem anderen weggeben? Oh mein Gott. Alter, ob das Englisch ist. Drei. Nein, okay. Nein, 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 nein. Warte, warte. Ich muss erst mixen mein Inventar. Jetzt. Sag. Fünf. Okay, brauche ich hier nicht den Müll. Mixen ist doch Deutsch. Oder nicht? Ah fuck, das heißt mischen. Mixen ist Deutsch. Ah. Fuck. Fünf. Ach, ihr. Fünf. Sag eine Zahl. Zwei. Nein. Ähm. Ja, wir müssen es gewinnen, Jungs. Ich glaube an euch. Nein. Keinei drei. Raus. Mit meinem Pass. Ach ja, okay. Ach man, ich habe ihn mit. Eine bessere. Soll ich einfach mal Raketen reinfeuern? Da steht ein... Nein. Kann ich jetzt nicht richtig kämpfen. Hab ihn. Oh Leute. Ich habe schlechter Spieler. Treffer. 116 Schaden. Nochmal 116 Schaden. Aus. Geschlafen. Nochmal 116 Schaden. Sehr gut ausgeschlafen. Was für mich scheiß ich sage. Oh, hat Gegner neben mir. Hab ihn. Oh. Ich habe wieder ein Portal. Okay, ja dann... Ich habe fast seine Falle erwischt. Brauchen wir noch nicht. Benutzen das Portal. Ich habe auch noch ein Portal. Wir schaffen das, Jungs. Ah. Ich lebe noch zwei. Ach, wie kann ich da nicht treffen? Ich kacklappen, ey. Uff. Einer tot. Dergar. Wir sind einfach. Geh. Team Fix ist leider am Start, ey. Gehe mit einer Sprungfläche voran. Auf geht's. Sprungfläche. Zugriff. Ah, der baut da noch. Ich habe ein paar Raketen. Gute Spielmeine. Alter. 20 Kills. Wie viele englische Wörter habe ich bitte gesagt? Nice. Ja, viel Spaß. Herzlich willkommen in meinem YouTube-Video, ihr zwei. Wollt ihr jemanden grüßen? Nee. Danke. 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 Untertitelung des ZDF, 2020